Muss ein Dienstwagen eigentlich vor Rückgabe an den Arbeitgeber gereinigt werden? Und wie ist es, wenn da irgendwelche Beschädigungen sind durch den Gebrauch? Das taucht immer mal wieder bei uns auf, da kommen immer wieder Streitigkeiten zustande. Wie die Situation ist, erkläre ich dir in diesem Video. Wir hatten neulich einen Fall, da hat der Mandant einen Dienstwagen zurückgegeben und jetzt gab es tierischen Streit mit dem Arbeitgeber über die Rückgabe und den Zustand des Dienstwagens, also im Zustand gab es eigentlich keinen Streit, aber ob der vertragsgerecht ist, und zwar klebten am Himmel des Dienstwagens Kaugummis und die waren wohl nicht mehr rückstandsfrei zu entfernen. Das musste auch der Mandant dann einholen. Jetzt war die Frage, wie muss das zurückgegeben werden? Jetzt muss ja eine Spezialreinigung ran, der Schaden muss beseitigt werden. Ich weiß jetzt nicht mehr, was da gemacht werden muss. Die technischen Details interessieren mich nicht. Die entscheidende Frage war, muss der Arbeitgeber das bezahlen oder der Arbeitnehmer? Erste Frage, wenn du wissen willst, wie du den Dienstwagen zurückgeben musst, guckst du in deinen Vertrag dazu rein. In der Regel gibt es eine Dienstwagenvereinbarung. Das ist das eine. Das andere ist dann die nächste Frage, ist die Regelung dort wirksam? Das muss man sich dann als Anwalt wahrscheinlich angucken, das wird dir dann schwerfallen. Aber du guckst erst mal rein, was ist denn da überhaupt geregelt? Muss der Besen rein, zurückgegeben werden oder wie muss der zurückgegeben werden? Wenn du ihn so zurückgibst, wie es da geregelt ist, dann kann er schon mal nichts sein. Die nächste Frage ist dann wieder, wenn es Beschädigungen sind, die durch den üblichen Gebrauch des Dienstwagens entstehen, diese typischen Abnutzungserscheinigungen, ist das in der Regel kein Problem, auch wenn das in deinem Vertrag irgendwas anderes dazu geregelt ist. Du hast ihn ja dafür, dass du ihn nutzt. Der Arbeitgeber kann von dir natürlich keinen Neuwagen erwarten. Wenn es jetzt da zu Streitigkeiten kommt, dann haben wir das bei uns ja meistens im Zusammenhang mit der Beendigung. Du kannst ja bei Kündigung oder Aufhebungsvertrag dich an uns wenden. Das war auch hier in dem Fall so, der Mandant hatte uns mit den Verhandlungen über eine Kündigung, also erst mal Kündigungsschutzklage und dann den Verhandlungen über die Beendigung, die Höhe der Abfindung beauftragt. Und wir hatten Dienstwagen zurückgegeben, machen wir strategisch meistens und fordern einen Schadensersatz. Wenn es unserer Ansicht nach nicht gerecht ist, dann kriegt der Mandant Geld. Kann sich in der Zwischenzeit einen anderen Wagen holen oder eben keinen. Aber wir holen mehr Kohle dadurch raus. Hatten das also zurückgegeben und da haben Stenkarte, weil wir uns noch nicht einig waren, Stenkarte, der Arbeitgeber. Was haben wir am Ende gemacht? Im Rahmen des Gesamtdeals haben wir das natürlich mit erledigt. Das spielt dann auch irgendwann gar keine Rolle mehr, als wir uns geeinigt haben. Typisch. Der Arbeitgeber versucht natürlich Druck zu machen, lässt sich also deswegen nicht zu sehr irritieren. Wenn du jetzt den Dienstwagen abgegeben hast und da Streitigkeiten aufploppen, solange wir noch in Verhandlungen sind, werden wir das wahrscheinlich nachher geräuschlos mit erledigen.